Was Bibelstudium unter anderem so spannend und faszinierend macht, ist die Tatsache, dass in der Bibel alles miteinander verbunden ist. Und wenn wir nun die Bibel studieren wollen, haben wir bereits festgehalten, dass wir da nicht bei einzelnen Aussagen oder Passagen beginnen wollen, sondern so wie Gott sein Wort offenbart hat, nämlich in 66 einzelnen Büchern. Und wir wollen deshalb erstmal ein Buch als Ganzes lesen, mehrfach durchlesen, um erstmal zu verstehen, was ist denn die Botschaft Gottes durch dieses Buch an uns. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir mehr und mehr ins Detail gehen können. Einzelne Abschnitte, einzelne Verse bis hin zu einzelnen Wörtern. Und überall wartet Gold, überall warten Entdeckungen und faszinierendes. Ich möchte kurz jetzt einen Exkurs hier einbringen, dass das zwar super und richtig ist, die Bücher der Bibel als Ganzes zu studieren, aber dass es auch hilfreich ist und diese Fähigkeit, je besser wir die Bibel kennen, auch mit der Zeit zunimmt, dass es ein großer Gewinn ist, auch andere Bücher ins Studium von beispielsweise dem Epheserbrief mit einzubeziehen. Über die Gemeinde in Ephesus, über die Christen, dort lesen wir nicht nur im Epheserbrief, sondern auch unter anderem in der Offenbarung. Dort gibt es ein Sendschreiben an diese Gemeinde und wir lesen ihre Gründungsgeschichte in der Apostelgeschichte. Das bedeutet, wir erfahren dort etwas, was uns beim Briefverständnis helfen kann. Und ich möchte nur ein Beispiel bringen, da lesen wir in Apostelgeschichte 19 davon, dass Paulus, nachdem er in Korinth gewesen ist, das sehen wir in Vers 1, kommt er nun in die Gegend von Ephesus. Ephesus war eine große römische Handelsstadt und umso weniger verwundert es uns, was er dort dann tat. In Vers 8 sehen wir, er ging in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Und jetzt passiert das, was schon so oft passiert ist, als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, der Weg ist das Christentum, trennte Paulus sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus mit ihnen unterredete. Und dies geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen das Wort des Herrn hörten. Das Faszinierende, was wir hier sehen ist, dass Paulus in keiner Stadt so viel Zeit verbracht hat, auf all seinen Missionsreisen, außer im Gefängnis wohlgemerkt, wie in dieser Stadt Ephesus. Und es heißt hier, dass Paulus sogar täglich diese Gemeinde, diese Jünger lehrte. Täglich lehrte er sie über einen Zeitraum von zwei Jahren. Und er verabschiedet sich von ihnen mit den Worten, also genauer genommen von den Ältesten dieser Gemeinde, in Apostelgeschichte 20, Vers 27, er verabschiedet sich von ihnen mit den Worten, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das bedeutet, Paulus, als er dieser Gemeinde Lebewohl sagt, konnte er ihnen sagen, Leute, ich habe alles gepredigt, was es zu predigen gibt. Ich habe das Wesen Gottes gepredigt, ich habe die Heilsgeschichte Gottes gepredigt, ich habe das Evangelium gepredigt, ich habe euch weitergegeben, was noch in Zukunft auf uns wartet. Also quasi den ganzen Lehrkörper des christlichen Glaubens hat er ihnen weitergegeben. Warum ist das so wichtig für uns zu wissen? Wer die letzte Aufgabe gemacht hat, nämlich den Epheserbrief mindestens fünfmal durchgelesen hat, der hat auf jeden Fall gemerkt, dass die ersten drei Kapitel in diesem Epheserbrief eigentlich nichts anderes sind als die Grundwahrheiten des christlichen Glaubens. So oft spricht Paulus davon, was das Evangelium nun für unser neues Leben bedeutet. Und immer wieder gibt es in diesen ersten drei Kapiteln diese Formulierung, in Christus, das sehen wir in Kapitel 1, Vers 3, in Christus sind wir gesegnet. In Kapitel 1, Vers 5, wir haben die Sohnschaft bekommen durch Jesus Christus. Wir wurden begnadigt, Vers 6, in dem Geliebten. Und so viele weitere Beispiele könnte man noch bringen. In ihm wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist, Vers 13, in Kapitel 2 geht es weiter. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht, Kapitel 2, Vers 5, Kapitel 2, Vers 6. Er hat uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern, in Christus, Kapitel 2, Vers 7. Er möchte den Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen, in Christus Jesus, Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen, in Christus Jesus zu guten Werken. Und das wiederholt sich auch bis zum Ende von Kapitel 3. Der Epheserbrief in seiner ersten Hälfte ist eigentlich die Wiederholung des Evangeliums an Christen. Und das zeigt uns, wenn wir heute den Epheserbrief lesen und uns denken, hey, das weiß ich doch schon alles, dann würde Paulus sagen, genauso wie er es damals den Ephesern gesagt hat, ja, ihr wisst das alles, aber ich schreibe es euch erneut. Und im ersten Kapitel im Epheserbrief, da geht Paulus ins Gebet und er betet, dass Gott die Augen ihres Herzens erleuchtet, dass sie diese Wahrheiten wirklich erkennen und dass sie durch sie Gott erkennen. Das bedeutet, wir können daraus einfach diese Erkenntnis ziehen, dass es kein Unfall ist, wenn wir den Epheserbrief als Christen studieren, dass wir die Hälfte dieses Briefes nur damit beschäftigt sind, das Evangelium und dessen Auswirkungen uns erneut vor Augen zu halten. Erst danach beginnt die Praxis, ab Kapitel 4, wo zum ersten Mal das Wort Wandeln als Befehl auftaucht, wo Paulus sagt, und jetzt in Anbetracht dieser Erkenntnis, dieses Bewusstseins von Gott, und davon, wer ihr jetzt in Christus seid, jetzt möchte ich euch sagen, lebt jetzt so und so. Was uns zeigt, wenn wir ein anderes Leben leben wollen als bis jetzt, dann beginnt es nicht mit guten Vorsätzen, es beginnt nicht mit irgendwelchen Praxisanweisungen, nein, Veränderung muss viel, viel tiefer losgehen. Wahre Veränderung beginnt immer in unserem inneren Menschen, an unserem Denken, Fühlen und an unserem Willen. Da muss Veränderung stattfinden. Und da ist der Schlüssel das Evangelium. Und wir brauchen als Christen das Evangelium. Wir brauchen es bewusst vor Augen zu haben, wer Gott in Christus für uns ist. Und deswegen sollten wir auch mit diesem Bewusstsein die ersten drei Kapitel studieren. Denn das ist die Vorbereitung für die Praxis, die anschließend folgt. Und ich hoffe, dass jeder das gesehen hat, dass der Epheserbrief diese klare Zweiteilung hat. Denn in den ersten drei Kapiteln, da lesen wir von keinem Befehl, kein einziges Gebot, keine einzige Anweisung für das praktische Leben wird uns da erteilt, sondern nur das vor Augen gehalten bekommen dessen, was Christus für uns getan hat. Und letztendlich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dann ab Kapitel 4 lesen wir immer wieder dieses Wort, wandelt nun, wandelt, wandelt, wandelt. Das heißt, lebt jetzt auf die und die Art und Weise. Und da kommen diese ganzen praktischen Themen zur Sprache. Unsere Worte, wie wir Einheit haben können, unser Familienleben, unser Eheleben und all diese Wahrheiten. Das beginnt erst ab Kapitel 4. Ich möchte gerne, dass jeder, der den Epheserbrief jetzt mehrmals durchgelesen hat, das Gleiche nochmals tut. Ich kann versprechen, dass wer hier mitzieht und letztendlich den Epheserbrief 10 bis 15 Mal durchliest, dass da Erkenntnisse in uns wirklich Wurzeln schlagen, die wir nicht mehr verlieren werden. Weil je öfter wir uns etwas anschauen, desto tiefer prägt es sich in uns ein. Deswegen auch heute nochmal die Bitte und die Aufgabe, lies doch nochmal den Epheserbrief mindestens fünf Mal durch. Und fang an, darüber nachzudenken, was der Verlauf dieses Briefes ist. Welche Dinge sich wiederholen, welche Dinge betont werden. Und mach dir gerne erst so Notizen darüber, was dir ins Auge fällt. Und natürlich, wenn du bei einzelnen Stellen stehen bleibst, die dich einfach packen, dann bleib da stehen und nimm dir Zeit, darüber nachzusinnen. Nur wollen wir heute noch nicht weiter ins Detail gehen, sondern erstmal eine gute Grundlage für uns schaffen, um anschließend ins Detail gehen zu können und so auch ein rechtes Verständnis der einzelnen Passagen und Aussagen zu bekommen. Heute ging es nur darum zu sehen, dass wir, wenn wir den Epheserbrief studieren, auch andere Abschnitte in der Bibel mit einbeziehen können. Und dass der Epheserbrief eine Zweiteilung in sich selbst ganz klar sichtbar macht. Den ersten Teil, wo es wirklich um das Evangelium und seine Auswirkungen geht. Und der zweite Teil, wo es um unser praktisches Leben geht. Wir als Christen brauchen, das Evangelium vor Augen zu haben. Und deshalb, wenn wir den Brief jetzt nochmal und nochmal lesen, lass diese Wahrheiten, die du schon weißt, lass sie dir wirklich neu mitteilen. Und genauso wie Paulus das gemacht hat, lass uns auch wirklich im Geist des Gebets diese Wahrheiten lesen, indem wir auf die Knie gehen und sagen, Herr, erleuchte doch meine Augen für diese Wahrheiten, die ich eigentlich schon kenne, dass sie in mir lebendig werden. Und dass ich sie wirklich so erkenne, dass es mir vor Augen steht. Denn daraus folgt die Grundlage für alles Praktische, was danach kommt.